Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia Warrior Within. Mein Laptop bläst mir jetzt schon ein und das so übel, dass man gar nicht weiß, dass ich rumbelstilzen hast. Nein, ähm... Wie lange die Framerate hält, bevor sie wieder einkracht? Was wahrscheinlich gleich sein wird. Ähm... Super. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben. Äh, weil ich echt keinen Bock mehr auf den Gegner da hatte. Wir haben in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen in einer der letzten beiden Folgen Ich glaube, es waren nur zwei Folgen, die ich da gemacht hab. Ähm... Den ersten Turm aktiviert. Müssen jetzt zurücklaufen und müssen auf den zweiten. Auf den zweiten Turm müssen wir. oder zum zweiten Turm und diesen auch aktivieren, so dass wir dann hoffentlich bald weiter können. Oh oh. Oh oh. Ha ha. Virgin. Ei, 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 ei. So, jetzt ein bisschen Konzentration hier. Weil der Gegner ist doch nicht immer so... Ist halt nicht ganz so ralle, weil der macht einem verdammt viel Schaden und wenn er mich da den Abgrund runterwirft, tötet er mich einfach mal so. Ungefähr so. Weil irgendwie kann ich gerade nicht mehr ausweichen und ich hasse mein altes Gamepad immer noch wie Sau bei dem so ein Spiel. Ach, fuck you, man. Man muss ihn ja töten, indem man in seinen komischen Nacken da sticht, oder? Also mach das jetzt bitte, Prinz. Danke. Gut, weiter geht's. Vielleicht ist da ja Sand drin oder so. Moment, ich hätte doch einfach weitergehen können. Oder wo geht's denn jetzt weiter? Weil da ist ja zu. Hä? Wo muss ich denn weiter? Was? Hä? Ich versteh's gerade nicht. Vor allem, weil die Framerate auch wieder abkackt. Aber es wäre relativ unnötig von da, wo wir gekommen sind. Oder? Hä? Weil da ist ja auch nicht umsonst ein Gegner. Ach, guck mal daneben. Guck mal daneben. Okay. Kamen wir nicht sogar von hier? Wir kamen gar nicht durch das Tor da hinten, sondern von hier oder so? Ah, ja, guck mal da. Ah, ja, genau. Da war was. Da war das nächste Ding aufnehmen. So, genau. Und dann erstmal wieder zurück und hoffentlich sind wir da richtig, indem wir zurückgehen. Weil ich hab gerade echt keine Ahnung, wo wir langen müssen. Ich hab meine USB-Maus nicht dran, deswegen mach ich das Ganze jetzt mit dem Mauspad. So, aber... Moment! Genau. Aktiviert den zweiten Turm. Das heißt, wir sind ja eigentlich jetzt auf dem richtigen Weg, in dem wir anders gehen. Gut. Äh, Taste 4 zurück. Danke. 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 Puh, das war ganz knapp. Da oben dran. Naja, stimmt. Das war die Geschichte. Die erinnere ich mich. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen locker ran. Die Sache dran, vor allem weil die Framerate irgendwie gerade sowas von stimmt. So, da können wir ganz locker rüberspringen. Ich ahne, dass wir zu dem Vorhang da hinten müssen. Nee, sonst ist das schon dran für uns. Super! Hast du's super gemacht! Hup! Ah ja, jetzt kann man da einfach an den Dingern da vorbeilaufen. Super! Oha! Oh, ihr seid es. Wir kommen schon wieder ein neues Schwert. Ihr scheint überrascht, mich zu sehen. Überrascht, dass ihr noch immer gegen das Unausweichliche ankämpft. Warum habt ihr mir geholfen? Ich, ich weiß nicht. Ich vermute zum Teil, weil ihr mich an die Herrscherin erinnert, so wie ich sie mir wünsche. Was meint wir? Auch sie kennt ihr Schicksal. Sie sah es im Buch der Zeit. Aber statt dagegen zu kämpfen, hat sie sich gefügt. Es für sich angenommen. Es heißt, Wissen sei Macht. Doch ich sage euch, es ist Gift. Die Kenntnis über Art und Zeitpunkt ihres Todes quält sie. Je näher er rückt, desto größer wird die Pein. Und ihr wünschtet, dass sie gegen ihr Schicksal kämpft? Vielleicht würde es ihrem Leben den Sinn zurückgeben. Ihr sagtet, das sei nur ein Teil der Begründung. Was ist der andere? Mein Leben lang habe ich das Buch der Zeit für unabänderlich gehalten. Jetzt wünscht sich meine innere Stimme, dass es euch glückt. Und glaubt ihr, es wird? Nein. Aber ich bewundere euren Mut. Wir kommen erst mal auf. Tausend Dank. Euer Name. Ich habe euch nicht mal nach eurem Namen gefragt. Ich war so... Ich bin... Keine Lina. Ihr solltet gehen. Die Sandu ist schon mehr als zur Hälfte leer. Ihr habt nicht viel Zeit. Ihr erhaltet das Löwenschwert. Mit diesem legendären Schwert könnt ihr Energie speichern. Benutzt es, um die Energie in zerstörerischen Attacken freizusetzen. Wow. Oh ja. Oh ja. Äh, so. Ich gehe davon aus, dass wir hier jetzt... So. Äh, ich glaube... Die Herrscherin will den Sand der Zeit erschaffen. Ach ne. Um... Ähm... Um Angriffe aufzuladen. Moment, 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 Moment. Können wir bestimmt irgendwelche Wände anfangen einzuschlagen oder sowas? Äh, auf jeden Fall. Ähm... Denk ich, will die Herrscherin der Zeit den Sand der Zeit erschaffen und vielleicht dieses... Oder ist das ihre Aufgabe, die vom Buch der Zeit irgendwie... Weil die Herrscherin weiß ja, dass sie sterben wird. Und die Art scheint ja auch nicht so pralle zu sein, wie sie das tut. Erschafft sie deswegen den Sand der Zeit? Das klang nicht gesund. Also irgendwo muss ich jetzt Wände einschlagen können oder sowas. Weil mit dem... Ich bekomme das Schwert ja nicht umsonst. Gut. Ähm... Die Frage ist, wo muss ich jetzt genau weiter? Ich hab keine Ahnung. Das Spiel sagt's mir nicht. Also, es ist für mich jetzt wahrscheinlich, dass ich irgendwo eine Wand einschlagen kann. Ja. Wäre ja noch nicht mal für mich so offensichtlich, ob ich jetzt wirklich zurück muss oder nicht. Ah, roll doch nicht rein, du Vollhonk. Roll doch nicht nochmal rein, du Vollhonk. Du Arsch, Idiot. Wow. Wenn wir jetzt wieder in der Zeit wechseln müssen, bin ich eigentlich nicht so sehr amused, weil... Äh... ...wegen dem der Haka. Ich hab immer noch ein bisschen Angst vor dem. Ähm... Vor allem, wenn der kommt und der Prinz nicht lenkt, schießt mir das Adrenalin irgendwie böse, äh... ...in meinen Penis oder so. Also ist nicht gerade sehr, sehr cool. Moment, 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 Moment. Diese Stangen. Äh, natürlich schaff ich das jetzt nicht, wenn ich da rangehe. Also ich komm da nicht hin. Aber würde es von der Karte her Sinn machen? Wenn man da in diesen Stangen dann so rum... ...rundrum... ...rein logisch gesehen... ...müsste ich wieder zurück und über die Brücke da vorne. Passt auf, wir gehen aber nochmal zurück. Lassen wir uns gerade nochmal treffen und saufen hier gerade nochmal eine Runde. Hätte ich auch eigentlich gleich laden können. Ja, das stimmt, aber... Ähm... Ne, ich will das Spiel jetzt nicht speichern. Das war jetzt gerade nicht asynchron. Ich hab einfach gewusst, dass mir die Frage gestellt wird. Äh... Na, gucken wir doch einfach nochmal. Ich liebe diese Aufnahme immer noch. Und er läuft gerade so langsam. Das liegt nicht an der Framerate. Die ist immer noch da, wo sie sein soll. Was mich irgendwie so ein bisschen wundert. Kann man da rum? Ne. Ich verstehe, wie das läuft. Wir müssen doch unten rum. Wir müssen doch ganz außen rum. Ich verstehe, wie das läuft. Bin ich mir relativ sicher, dass es so läuft. Okay, sorry dafür. Jetzt läuft es aber schnell, Prinz, hier. Und das bei der selben Framerate. Na, wunderschön. Moment, das könnte echt klappen. Indem du nicht dagegen schlägst, sondern... Dein... Ne. Gut, 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 gut. Aber irgendwas muss man mit dem Schlag machen können. Weil er kann irgendwie dasselbe, was unser letztes Schwert auch konnte. Und hat jetzt einfach nur einen stärkeren Schlag. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur für Gegner ist. Okay, pass auf. Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia Warrior Within. Das Problem, das ich das letzte Mal hatte, war, dass wir hier den falschen Turm aktiviert haben. Denn diesen Turm, den wir hier aktiviert haben, ist der zweite. Und ich komme nicht auf die Idee, dass gegenüber der erste ist. Also, nachdem wir das letzte Mal gut 48 Minuten rumgelaufen sind und einfach gar nichts außer zwei Artworks erreicht haben. Und uns einfach noch ein bisschen im Palast rumgetrieben haben. Ähm. Ja, müssen wir jetzt hier lang. Zum ersten Turm, wohlgemerkt. Denn das hier ist normalerweise der erste Turm. Und was wir eben gemacht haben, ist der zweite Turm. Das heißt, wir haben jetzt dem Spiel schon 10.000 Sachen, äh, vorgelegt. Weil wir hätten eigentlich noch gar nicht das Löwenschwert zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und, äh, ja. Finde ich, äh, sehr super übrigens. Äh, ihr bekommt natürlich diese 48-minütige Folge zu sehen. Äh, im gewohnten Stile. Natürlich bekommt ihr sie dann in einem Schnitt und ich schreibe auch dazu, dass sie optional ist, weil es da nicht weitergeht. Und, ähm, ansonsten... Was haben wir denn hier noch? Äh, ansonsten kommt diese Folge dann im Nachhinein gleich noch mit nach oben. Gut. Nichts Großartiges, was mir den Wandsprung hier ermöglicht. Äh, diese Folge bekommt ihr gleich noch mit dazu. Das heißt, an einem Tag zwei Brins of Persia folgen. Ich hoffe, ich denke dann zu dem Zeitpunkt dran, wo ich das hochlade. Weil zur Zeit wird ja noch Brins of Persia The Sands of Time hochgeladen. So, und hier müssen wir durch. Und dann gelangen wir hier in die Gärten. Und hier müssen wir die Zeitlupe aktivieren. Ungefähr so. So. Jetzt geht das Spiel endlich mal wieder weiter. Das heißt, die Folge, keine Ahnung, wie viel es ist, äh, ist optional. Diese 48-minütige Folge. Und die hier kommt dann im Nachhinein gleich noch mit hoch. Oh, scheiße, ich hab's verkackt, ne? Lauf, Prinz, lauf. Sehr cool. Wir haben keinen Sand mehr. Hey, 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 hey. Ähm. Prinz. Danke. Du musst nicht so viel trinken. Also, wie gesagt, wir haben zuerst den zweiten Turm gemacht. Und jetzt machen wir den ersten. Äh, also... Wahnsinn. Babylon ist also nicht der einzige Ort, das Wunder der hängenden Gärten zu bestaunen. Unsere dienen jedoch nicht als Brotstätte für Monster. Gut, war das hier vielleicht ursprünglich auch nicht. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erweist. Euch kennen wir ja schon. Die Mucke ist geil. Stirb. Du, alles was du brauchst, ist ein gesunden Anwalt. Erstmal wieder ein bisschen Sand aufsammeln. Fakt, ich wollte ihn jetzt mit meinem stylischen aufgeladenen Schlag töten. Fakt. Egal. Ich brauch Sand. Und ein Säbel. Und die Mucke ist... Die geht mir grad so gut ab. Erstmal ein bisschen umgucken. Okay. Oh! Nein! Nein! Vögel! Nein! Das ist die Mucke geil. Fuck, ging mir das grad gut ab. Okay! Fortschritt! Endlich! Oder ich lass die optionale Folge ganz weg, weil... Äh... Ich guck, wie ich das schneide, ganz ehrlich. Da bin ich ehrlich. Äh... Ich weiß noch nicht, ob das jetzt eine 48-minütige Folge wird. Ich weiß es nicht, weil das ist auch wieder so viel Schnittarbeit und... Du! Dich kennen wir. Du warst so ziemlich unser erster Gegner hier. Ich kann nicht glauben, dass du wieder hier wirst. Nein! Prinz! Was tust du? Mein Gott, Prinz! Oh, wie ich diesen Kampf hasse. Und diesen Gegner vor allem. Ach, guck mal da. Ich hab zwar auf Abspringen gedrückt, aber ist ja auch egal. Bist du das nicht?